so und da bin ich auch schon wieder allerdings ja komm egal jetzt will ich aussehen mit dem anderen charakter noch drin ist aber schon jetzt geht es um menschen um quests und um normale quests wir haben hier eine ganze menge menschen wenn man hier das mich mal anguckt und jetzt habe ich natürlich hier kein ach miss ich habe hier niemand mehr ich muss aber ganz kurz in den anderen account rein moment also mein level hier kein quest verfügbar ist für den lieben drogelbecher allerdings war hier gerade 1 verfügbar deswegen gehe ich noch mal mit dem account hier rein raus hier und da müsste jetzt eigentlich theoretisch gleich einer auftauchen mit einer sprechblase über den kopf genau den können wir zu mich anquatschen und der markiert das jetzt auf unserer karte und wir sehen da hinten ist auf einmal eine ruine eingezeichnet für uns und wir begeben uns jetzt mal dahin also jetzt nicht mit dem account sondern nicht ein bisschen starken account und zwar aus besonderen grunde wir haben man hat weiße ruinen also weiße quests man hat blaue quests man hat orangene oder rote quest das sind die vier schwierigkeit stufen die beschränkten sich allerdings auf das level was man besitzt das heißt immer meinen starken account ist das jetzt weiß weil weiß das schwächste ist und blaues zweitschwächste rote stärkste logischerweise und dann gehe ich mit meinem großen akkord ist einmal mit dem hier werde ich das ist noch nicht schaffen und ich möchte euch jetzt vorführen wie das funktioniert darum bis gleich so aus diesen besonderen umständen das ist doch ein bisschen was zu erklären gibt werde ich euch jetzt die reise ich auch mit zeigen wir erreichen jetzt gerade zu dem punkt hin wir gehen jetzt erstmal zum ersten vielleicht kann man das auch besiegen ist ja relativ egal was wir machen bleibt machen so schon mal ganz kurz die bietet so mal ganz kurz jetzt habe ich wesentlich mehr power auf dem account so und zwar gibt es verschiedene orte an die man reichen kann es gibt pyramiden es gibt tempel es gibt kadakomben es gibt allerdings auch einzelne monster wie zb dinosaurier oder trolle habe ich irgendwas vergessen das waren die fünf glaube ich dies gibt das zum beispiel was ich mal erklärt das sind feindliche menschen mit dem fall und tote greifen dich dann auch an und bei denen kriegst du eine menge geld und manchmal schlucken die dann noch tränke nerviges pack so okay wir reisen weiter und sind auch gleich da was wollte ich noch sagen ja es gibt natürlich dann auch noch unterschiede es gibt weiß blau gelb orange und roh das hatte ich ja schon erzählt dazu gibt es allerdings noch dann noch plus 1 plus 2 plus 3 und plus 4 das heißt man kann einem weiß plus 4 begegnen es ist dann halt der stärkste weiße der existiert man kann allerdings auch einem rot plus 1 begegnen das ist dann der zweitstärkste rote das nimmt sich dann in jeweiligen farbstufe etwas ob wie das jetzt genau so ob jetzt der weiß plus 4 schwächer ist als der blau 0 also wo nichts dahinter steht bin ich mir jetzt gar nicht so sicher was da stärker ist auf jeden fall gibt es insgesamt dann 20 verschiedene schwierigkeiten gerade bei gegnern und ich sehe das ist anscheinend hier eine ein schloss ja anschloss das war eins der gebilde hier defyte ruler in the rooms genau jetzt bekommen wir hier so ein kann man jetzt gucken das ist weiß für mich das heißt das kann ich locker durch machen mit dem account hoffe ich mal ich will sie mich unbedingt zu sein wenn ich das euch jetzt erklären oder findet man einen eingang wir müssen noch mal suchen und dann brechen wir da jetzt einfach mal mit der lampe rein und ich zeige euch mal demonstriere euch das ja okay gut die mache ich locker platz das sind ganz schwache für mich hier gibt es dann auch mal fallen wenn du da reinläuft kann ich mal demonstrieren aber das tut weh das zieht ganz schön ab das war es wenig es gibt auch fallen die ziehen wir dann 50 auf einmal ab oder so 50 500 auf einmal habe ich habe auch schon mal erlebt ja 5000 abgezogen da brauchst du dann sofort so dann findet man hier zum beispiel auch schränke und da sieht man schon es steht was drin in der lampe die kann man sich dann einfach rausnehmen da da stand jetzt in der wasserflasche drin und dann gibt es halt bevor man den eigentlichen boss erreicht gibt es hier eine ganze menge von feindlichen monstern die sich in den weg steuern besiegen kannst manchmal sind das also bei normalen sind das eigentlich immer also nicht dazu kann sich menschen sagen also diese mpcs im normalfall sind wir im pc ist wenn man allerdings andere quests macht die findet man nicht einfach so also schon dann sind das auch monster zwischenzeitlich so hier nehmen wir das damit und können auch die base kaputt machen dass immer geld drin wo ist mein monster ist weg ok so hier ist der boss jetzt und dem mache ich einfach mal platt normalerweise geht das natürlich schwerer aber wie gesagt ich habe mein recht hohes level da ist der boss keine schwierigkeit mehr für mich und dann seht ihr schon wir haben eine ganze menge zeug bekommen wir haben drei platinium points bekommen 40 xp haben bekommen und einen unholy spirit diese spirit kriegt man nur von bossen und die kann man auch wie ich vorhin in der vorletzten folge ne vor vorletzten folge war das wie ich das da gemacht habe kann man mit den spirits halt seine waffen seine waffen verstärken wie halt mit den eisenbrücken die ich da genutzt habe und damit alles stärker machen die spüren sind dann halt nicht eine stufe heftiger als normale eisenblöcke ist ja logisch die kriegt man ja immerhin nur von diesem monstern ja so so funktioniert dass das kreuz verschwindet dann die ruine kann man dann noch mehrmals durch machen zudem findet man wenn man durch die welt läuft ab und zu mal ähm genau solche orte bloß ohne so ein schwert oben drüber das sind dann normale quests ähm da kriegt man meistens wesentlich mehr xp als bei diesen quests hier ich kann mal während ich laber noch ein bisschen umfliegen vielleicht finde ich ja zufällig eins kriegt man wesentlich mehr xp als bei diesen quests hier äh dafür bekommt man aber keine platinium kunst ansonsten bekommt man eigentlich alles von den anderen bossen auch aber platinium kunst kriegt man halt nur von bossen die ähm so ein schwert oben drüber haben um es nicht ganz so einfach zu machen ich nehme stark an dass die platinium äh was man sich mit platinium kaufen kann dass ich das noch ein bisschen einspiegelt weil 60.000 was ihr früher gesehen habt ist schon ganz schön heftig das kann sich kein mensch leisten so äh gibt es dazu noch was zu sagen ja die questmenschen zeigen euch das in einem anderen sonst müsst ihr die schwerter selbst aufsuchen wie wir das gerade gemacht haben und ich habe wahrscheinlich kein ne ich finde es wahrscheinlich nicht so schnell keins mehr kein richtiges na ok gut dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ich hoffe ich habe alles erklärt wenn ihr einfach fragen habt drunter schreiben oder ein anderes video anfordern kein ding mache ich sofort also bis dahin tschüss 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 tschüss